war fest das machen wir verteidigung rettung gut das war rettung machen wir erstmal den 2 ah tut es Man kann hier mal Energie aufladen, aber zumindest hilfreich. Stimmt. Sicher durchzuquälen macht ja keinen Sinn. Ja, das war ja Herr Klippe, dass dieser ganz hässliche Zellentrakt. Ja, da gibt es aber auch immer eine Zelle, über die es jetzt noch auch nicht kann. Ich folge dir, ich kann dir nicht leiden und hab keine Ahnung wo ich lang muss. Zuge stüge. Da hängen irgendwo so Leitern mit vorne. Über diesen Eingängen. Da oben. Da kommt es oben drüber. Aha. Da hast du 2 Stück, eine auf der Seite und eine um 108 Stück dort. Ja. 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 Gut zu wissen. Gut. Gut. Ja. Gut. 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 ich habe irgendwas nicht für irgendwas geschützt irgendwas gefunden das war nur so ein scan objekt ist which is lies also aufgeklappt bestimmt so ja 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 Ja, ich glaube, das war die Zeitpunkt, so, ich denke, das war die Zeitpunkt. So. Dann haben wir das mit dem Roller-Comb. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hey, da hat man zwei rote Schlüssel. Vielen Dank. Oh, nee. It's my frame for bugged. Oh, nee. 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 Ja. Ah, geht weg. Ah, fuck. Äh. Er ist bei mir noch nicht gekiebt. Och, fuck. Ich krieg's nicht. Es war so ein Drecksvieh. Ja. Ja, das ist zu viel, dann ist er. Ich hab's nicht. Ich hör ihn nirgendwo. Ah, ich hab nen. Ah, ne. Das kann jetzt netball sein. Jetzt hat ich irgendwie... Ach, das ist jetzt... Ich hab Probleme mit der Steuerung. Ach, das ist doch so ein Katzen. Prüf mal, dass... Ich werd jetzt auch erstmal... Diese Scheiß... Wo haben wir das Gameplay... Wo haben wir einen Vibrator... Ah, ne, eine Steuerung. Warte, Vibrator. Controller Zielunterstützung. Ich hab's nicht... Ich hab's nicht... So, das klappt jetzt auch nicht besser. Ja, das klappt jetzt. Ich hab's nicht mehr Zeit gemacht. So, das war... Das war's. Das ist ja auch der Fisch. Jetzt haben wir noch einen. Das ist ja auch der Fisch. und das ist dann auch noch ein paar Worte und das ist dann auch ein paar Worte und das ist dann auch noch ein paar Worte Vielen Dank. Oh, nee, das ist wohl so eine hessische Position. Hörst du mal auf mich mit deinem Feindbuch zu finden? Hörst du mal auf mich mit deinem Feindbuch zu finden? So, ich habe einen blauen, einen hellblauen. Ich habe hier meine Spuren verteilt. Sackgasse. Oh, scheiß Druckwelle. See, ich habe einen Moment. Oh, ich habe einen Moment. Ich habe den blauen. Ach gut, ich komme. Ich habe den blauen. Nein, das ist doch nett. Ah da. Jetzt höre ich mir erst mal die Stahl-Essenz. Ach, das steckt da oben in der Wand. Diese hessische Erfahrung müsste ich vorhin mal kurz machen. Ah, das ist gut. Ja. Ah. Ach. Ah, ne. Ah, ne. Ah, ne. Außerdem hatte ich diesmal keine Probleme mit der Steuerung. Ich fange jetzt nochmal an über die Mikrowelle zu arbeiten. Ja. So. Weißen Schlüssel. Was? Ach du Scheiße. Äh, räuchern wir die lieber schnell mit nem ordentlichen Bombenhagel aus. Ich lass dich gleich liegen. Ja, von den Stahl-Essenzen her hat sich das doch direkt mal gelöhnt. Naja, ich hab nur drei gekriegt. Ja, ich hab nur drei gekriegt. Vielen Dank.